hallo liebe leute und herzlich willkommen beim autorennen der fahrzeugklasse 1 auf monza wir fahren mit den audi r18 von 2011 ja wir fahren hier auf schwierigkeitsgrad profi reichen jetzt gleich hier die 400 kmh haben sie drüber 401 war sogar gewesen und ihr seht selber man ist hier rucki zucki auf den ersten platz ja es geht auf jeden fall mega stell mit diesem fahrzeug hier und dann würde ich mal vorschlagen wir zwischen jetzt hier vor zur siegerehrung ja sagt und das war durch ziel gefahren und jetzt kommt hier die siegerehrung von diesen rennen ja in nullkomman nächsten mal mit diesem fahrzeug hier auf dem ersten platz wir sind ein fehlerfreies rennen gefahren kriegen dann noch im bonus von 50 prozent ja auf jeden fall kurzer prozess hier ruckzuck erster platz jetzt kommt doch super wiederholung vom rennen ja da sieht ja der audi der sprinte da vorbei ein beschleunigungsrennen von fremsten auf jeden fall 380 haben wir jetzt 390 und jetzt reichen die hier spitze 401 kam mal liebe leute der absolute wahnsinn hierbei kann turismo sport ja also diesen audi r18 den kann ich wirklich wärmstens empfehlen ein super fahrzeug der klasse 1 ziemlich schnell die karne sondern schnell fahren wollen denn diese karne ist absolut empfehlenswert so jetzt haben wir vorgezwitscht damit das rennen hier nicht so lange geht zur letzten runde und die siegerehrung sozusagen sie muss der abspann und jetzt noch mal hier der ganze überholungsprozess hier in der cockpit perspektive da ziehen wir dann vorbei 350 360 370 380 kmh 390 aber jetzt und jetzt hier wieder 400 mit diesen super schnellen audi r18 von 2011 ein fahrzeug der gruppe 1 liebe leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst ein daumen nach oben im nächsten video schaltet auch unbedingt da wieder ein da geht es nämlich hier weiter mit le mans und da fahren wir mit den audi r18 le mans also bis dahin und weiterhin viel spaß bei gran turismo sport macht's gut und ciao